So und damit herzlich willkommen, mein Name ist Eneke und willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir spielen gerade mit Ciri in der Episode der Wolfskönig und wir müssen jetzt den Fluss entlang laufen und nach Hilfe suchen, das machen wir jetzt einfach mal, so, ja klar braucht sie Hilfe und die machen wir jetzt auch alle platt, oh Koppel zumindest, so, ich bleiben mal Nummer 1, so, ich bin ein bisschen außer Übung, verzeiht, aber nichtsdestotrotz kriegen wir das trotzdem hin, sehr schön, so, oh, das kommt jetzt, kannst wieder runterkommen, mhm, 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 Hallo, hast du dich verirrt? Ein bisschen schon, und du? Äh, ja, komm, wir, wir haben uns auch verirrt. Hm, was machst du denn hier eigentlich? Hm, warum denn dem süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse, hab den Milchkruck zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen, aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Oh, Mann. Die armen kleinen Kinder. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm. Ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helf dir hoch. Ah. Okay, Quest aktualisiert. Zieres Geschichte der Wolfskönig. Ähm. Folge Greta. Oh. Zutaten. Da-da-da. Wölfe! Wölfe. Schnell, versteck dich! Wow. Okay. 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 Erstmal einen nach dem anderen. Wie gesagt, ich muss das wieder reinkommen. Auch mit dem ganzen Gemetzel hier. Aber das kriegen wir wohl schon hin. So. Da-da-da. Du kannst jetzt rauskommen. Komm. Mann, hast du Mut? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ja. Das kann er. Z-G-Reit. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Hm. Oh, massakriert. So. Von einem etwas mit enormen Klauen. Hm. Äh. Jo. Wo bist du denn? Ach da. Los, Kind. Lass uns weitergehen. Los, uns weitergehen. Schau mal. Da ist etwas. Ja, hoppala. Bleib hier. Geh nicht weiter. Bin an das Verlösen. Nichts, aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet. Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh. Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Alter Schwede. Das Bein abgerissen? Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. So, kommen wir zum Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsam machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbann? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten? Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Okay, wir folgen Greta weiter. Und wir müssen Wolfsbann sammeln und Hundspetersilie. Wie muss das als Kind in so einer Welt nur sein, aufzuwachsen? Okay, Wolfsbann haben wir. Und es sind noch mehr Wölfe. Aber wie muss das als Kind sein, in so einer Umgebung aufzuwachsen und... Versteck dich, rasch. Oh, dann schon. Wie war's das? Das war's. Nee, das waren keine Wölfe. Aber, was ich nochmal sagen wollte. Wie muss das... Wie muss das als Kind sein, hier aufzuwachsen? Ähm, in so einer Welt voller Gewalt und... Blut und Tod und keine Ahnung was. Das, äh... Das würde mich... Weiß ich nicht. Hm. Würde mich ja fertig machen als Kind, aber naja. Äh, haben wir hier noch was? Da... Das Kildzweig haben wir noch. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Okay, durch die Höhle müssen wir... Leute, bin ich ja gespannt. Was haben wir da hinten noch? So, das Petersee hier. Okay. Das haben wir. Wir brauchen nur noch ein Wolfsbann, quasi. In der Nähe. Warte mal. Können wir hier noch irgendwas? Wolfsbann. So, da haben wir alles. So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Hm, jetzt bin ich mal gespannt. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Vesemirs Rezepte sind. Okay, dann folgen wir mal der Greta. Okay. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Oh, da ist noch einer. Achso, hier sind wir jetzt wieder. Ich hab mich grad schon gewundert. Okay. Okay. Jetzt müssen wir durch die Höhle. Hm, hallo. Was sagst? Hast du Angst? Und du? Nein. Okay. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Okay. Okay. Damit... Da ist wohl ich noch gar nicht. Das sollte es gewesen sein. Oh, Pilze. Sehr schön. Dem hast du's aber gegeben. Sowas hab ich noch nie gesehen. Gretka. Du kannst rauskommen. Na komm. So. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Brandwein? Leider habe ich ein, zwei Hieber abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Okay. Abmarsch. So, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ging, in Anführungszeichen. Aber wir sind wann wählen. Nordöstliches Timmerien. Einige Stunden später. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Äh, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinter mir jetzt schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Pssst. Is jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Okay, er sucht also seine Tochter. Ich befalle den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Haben wir denn eine Wahl? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Na gut, na los. Gut. Ich helfe dir. Ich suche deine Familie. Aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Sehr nobel. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hm. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Gut. Dann folgen wir mal dem Baron. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa. Ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. Schauen wir mal hier an. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Der Schaft ist gebrochen. Darf ich das? Braucht sie ja wahrscheinlich gerade nicht. Okay. Was haben wir hier sonst noch? Da. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es? Hm. Hm. Oh, guck mal. Hast du gesehen? Da hat er Glatze. Da hat er Glatze. Komm, guck mal hier. Ja, wo sind die Haare weg? Ach, schade. Habt ihr gesehen? Das fand ich gerade irgendwie witzig. So, gucken wir mal hier. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild. Die Größe stimmt. Okay, das Bild also. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Das will ich herausfinden. Kann ich da? Wo kann ich denn da? Da kann ich. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hm. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. So, okay. Warte mal. Nee, das ist die falsche Seite. Ah, da vorne geht's weiter. Okay. Hm. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervé Luce. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Na dann. Wollen wir mal schauen. Da geht's los. Und durch die Tür. Da geht's weiter. Okay. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Hm, hm, hm. Okay, hier ist der aber nicht mehr, ne? Da ist er. Ah, okay, der geht runter. Da wollen wir dem mal folgen. Mist. Hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Hm. Fichtenholz. Riecht nach Wacholder Weihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der Schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay, würde ich sagen, gehen wir wieder. Bambadabam, bambambam, bambam.